Er sagt, meine Ummat ist die beste Ummat. Warum? Ja, Rasulallah, sie haben an mich geglaubt, obwohl sie mich nicht gesehen haben. Die Gefährten sagen, ja, Rasulallah, ja, Rasulallah, warum weinst du, oh Gesandter Gottes? Er sagt, ich weine, li'ikhwani, für meine Brüder. Die Sahaba sagen, wir sind doch deine Brüder. Ja, Rasulallah, er sagt, Antum Ashabi, ihr seid meine Gefährten, ich weine für meine Brüder. Wer sind deine Brüder? Ja, Rasulallah, diejenigen, die mich nicht gesehen haben, aber Iman an meine Risale haben, Iman an diesem Dien haben. Wer einen Zweifel hat an diesem Dien, ist kein Muslim. Und deine Rettung in diesem Moment ist der Islam. Deine Rettung sind die Eigenschaften der Muslimin. Dein Name macht dich nicht zu einem Muslim. Ob du Mohammed und Ali heißt, das ist noch nicht der Beweis, dass du ein Muslim bist. Ein Muslim bist du, wenn du wie ein Muslim lebst. Ein Muslim ist ein Mensch mit Empathie. Ein Muslim ist ein Mensch, der Anteilnahme hat. Ein Muslim hat Erbarmen mit einem Tier. Ein Muslim macht seinen Feind zu einem Muslim. Ein Muslim... Ein Muslim ist ein Muslim. Ein Muslim ist ein Muslim.